Problem, rein mit dir, suchen, ab geht's. Zum Wohl. Ja, ich bin ja kein heimlicher Alkoholiker, sondern unheimlicher. Heute habe ich einen starken Witz gehört, pass auf. Papa und Sohn laufen über die Straße. Dann fragt der Sohnemann, du Papa, was ist eigentlich ein Alkoholiker? Dann sagt der Papa, Sohn, pass auf. Auf der anderen Straßenseite da drüben sind zwei Bäume. Der Alkoholiker sieht vier. Papa, da steht nur ein Baum. Den kenne ich schon, der Sohn. Ja, der Oberwitz ist, die Alkoholiker brauchen länger ein bisschen kapieren. So, ich habe es sofort kapiert. Das ist immer. Wo hat Verzögerung? Ach so, ja, 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 ja. Mensch. mensch noch schöner wenn die unser trikot gegen die spiel ja klar sie doch ganz sage ich eins ich habe heute tierisch geiles gefühl ich glaube dass ich heute mal was auf jeden fall nicht gleich drücker weg der taktik weil das sieht nach knizzer aus mit scharfschütze ich stelle mal ein ganz in ruhe eigentlich schon mal irgendwas gewissen in den playoffs was jetzt machen die eine pause ich habe gar nicht heute auch nach jedem tor drücken die pause ich weiß nicht was das bringt soll aber nach jedem tor wieder pause gedrückt ja das sind die streamer mario die wollen die replays da war ein schöner spielzug aber hat nicht ganz schön sein nachher nochmal beim bulli oder pause replay laufer lassen ich war noch nicht fertig mit einsteller die drücken pause die merken ja ich weiß nicht ja wohl schon der schlagschuss wird schaust die war aber nicht für dich gedacht matthias war ich gar nicht für dich gedacht ja da wo du hingehörst genau coole sache da stand ich jetzt auch gut ich habe da sind da sind ja da sind da sind da sind aufpassen mal wieder kämpft da sind ja 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 die klopft Eigentlich für das, dass ich die Boots nicht richtig eingestellt habe, perfekt. Oh, er stand doch schon da, Scheiße. Ja, ich sage ja vieles, dass ich das Einsteller nicht geklappt hat. Ich habe jetzt auch mal das Fortchecking auf Passiv gemacht. Weil dann sind sie in der neutralen Zone schon zu zweit. Schade. Ne, 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 mach ruhig. Ich wollte nur gucken, was ich eingestellt habe. Ah. Verlegen? Ah, jetzt nicht mehr. Ah, schade. Zurück, zurück. Hey, Evie! Hi. Ah. Oh, Oli ist da! In der Party! Ja, tue ich auch nicht. Ich will nur wissen, ob wir in Rookie Cup sind. Ne, 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 ne. Nicht im Pro Cup. Ja, das stimmt. Rookie, aber am Anfang hat es Ding angezeigt. Elite Cup hat es angezeigt. Aha. Ja, tatsächlich, weil es auf dem Eis steigt. Hm. Genau. Ja, das ist noch nicht rum, weisch? Ja. Ja, wenn ihr glitscht? Nein. Ääääh. Ja, wenn ihr glitscht. Ja, er hat nichts mehr in der Weibung wirgehen. Naei. Ja, ich bin fast auf den Fall nicht mehr in der Weibung. Ja, aber nicht. Oop! Ach man! Ja ja! Schöschön, hm? Only one goal scored and two periods yet to go Haaaaaaah Wann hast du uns doch noch wirklich scheu gehst du? Die auf zwei Drittel, wir haben gerade schon angefangen Viel Glück noch Ja Aha Nacht Achtung! Die tijd viel Glück noch Zo, kommen wir mal Olli knappe, Olli schon weg Oh, schade Wie können wir einfach durch, aha Ja, die klopfen auch viel Ja Ja, der Grinder haut sich halt nicht so gut rein Boah Boah Aaaaaah Risiko, schade Ja Hohoho, ah schade Heiderlei, geht's doch nicht Heuer Ja, ich bin zu blöd zum Tore machen wieder Muss halt Muss halt Muss halt tatsächlich auf Oh Guckst du zu, Yves? Ah, ok Na ist Olli Ja Jaaah Scheiße Ha 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 Ah, schade Ui, ich klopfe Ah Der wollte, da war der Glitsch Das meine ich Iiiiii Nix können nur auf Glitschen, du Nein, kein problem Ne, kein Problem Nur das Glitschen du, ich hasse es Nix können Da war es noch Ohren mit denen hier, die ganze Klopferei immer. Ja, aber du hast ja links nur der Bot zum Anspieler, deswegen ganz steuer. Ah, schade. Ah, schade. Ah, stehe ich weg, so ein Scheiß. Schade, abseits. Ja, der weiß noch halb dann. Ah. Ah. Ah, der ist frei, Scheiße. Der hätte einen Puck fest, Junge. Boah. Ne, ich meine nicht durch, ich meine Gaudi. Ah. 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 Ah, die Fangs Camper an, ach leck mich doch am Arsch. Ah. Das, was schon... Ach nein. Ja, jetzt stürmen sie aber rein. Ich glaube, wir sind gut dabei. Auf jeden Fall, Mario, jetzt benehmen wir es ihm schon für Zuschauen. Dumme Leute, ich habe die Leute jetzt nicht verstanden. Egal. Nein, wenn es so, Zuschauen ist geil. Ich habe es eh verstanden, ich will es nicht nur noch einmal hören, weil es geht so auf der Zunge. Jo. Ja, sehr gut. Die Scheiße. Ah, egal. Weiter. Ja. 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 Scheiße. Ja. Ja. Oh. Scheiße. Schöner Block. Ja. 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 Ich habe mich jetzt zusammenreißen müssen, so das Tele-Sug zum Schreien auch gefahren von lauter Freude. Ja. 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 Das. Ja. 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 ich muss gar nicht zudel machen schade Boah, Botti, jetzt schau mal her, Kinder. Rein, das Ding. In die Herrlichkeit. Schönes Penalty-Killing, muss man sagen. Jawoll! Sauber, 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 Sauber. Hi, der Bim-Bim. Die habe ich aber jetzt gefordert, tut mir leid. Ja, wir sind komplett Mario. Schade. Oh, sauber. Oh, das ist schade. Kein Problem. Ich muss erst mal gucken, welche Einstellung wir genommen haben. Die nehmen wir nachher nochmal. Robert? Ich bin hin, der Lauf. Ach, die Tune. Robert? Hol' ich schon einen Stift und ein Papier. Daher links. Ja, die Taktik war doch perfekt. Ja. Boah, klar, knallert. Schreib ich auf, was für Taktik war. Ja, jetzt war mal EA auf unserer Seite. Das Flucher hat letztes Mal was gebracht. Na, Zeichmogel, Zeichmogel, Zeichmogel. Ja, ich hätte der Schieße können, ich Mersebär. Aber die machen es spannend, finde ich gut. Das hast du. Ah, schade. Ja. Jawohl. Das ist... Ja, Hanne. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ja. Aber das 1, 2, 2, das habe ich letztes Mal, also das 1, 2, 2 passiv. Das habe ich schon mal probiert, also das war echt gut. Oh, es geht noch in der Strafe. Hier, siehst du, Verteidigung. Achso, jetzt ist es jetzt Penalty. Jetzt ist ja Penalty. Ach, zur Not können wir es ja auch im Video angucken. Das ist ja auch im Video angucken. Ah, nimm doch das Ei mit. Ja, dann Tripper. Das ist ja schon. Ach, das ist ja schon. Dankbar. Wieso? Das verstehst du nicht. Warum? Mit einem Sieg rückt man gleich vor oder was? Ja klar. Ja, aber dass man mit einem Sieg gleich vorrückt. Ich kenne das ja nicht. Ich habe noch nie ein Finale oder sowas gewonnen hier. Also du musst halt vier Spiele gewinnen und dann hast du das Play-Off Sieg. Ich dachte immer, ich dachte es wären immer zwei Spiele. Ja, das war schön.